Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Newstool für die Tutorials! Und für die Autoteile ist die Mistrauto-App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigerer Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten Bolg-Koppelstangen-Pendelstützen exklusiv auf der Website von Mistrauto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus und ziehe die Handbremse an. Um die Koppelstange an deinem Wagen zu wechseln, musst du den vorderen Teil anheben und die Räder entfernen, damit du ungehindert Zugang zum Federungssystem hast. Hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens vor diesem Schritt das Tutorial, deinen Wagen sicher anheben, anzuschauen. Danach kannst du die beiden Räder entfernen. Vergiss nicht, sie unters Auto zu schieben. Das Gelenk der Koppelstange verbindet die Koppelstange mit den Stoßdämpfern, um die Räder jederzeit am Boden zu halten. Diese Elemente sind oft sehr schwergängig. Deshalb kannst du ruhig ein Kriechöl verwenden, um den Vorgang zu erleichtern. Um sie zu ersetzen, löst und entfernst du zuerst den unteren Spurstangenkopf am Gelenk der Koppelstange. Nimm dir dazu einen 16er Maulschlüssel und einen 5er Imbusschlüssel zur Hand. Bremse die Drehung des Spurstangenkopfes mit dem Maulschlüssel und nimm die Mutter mit dem Imbusschlüssel ab. Wiederhole den Vorgang am oberen Spurstangenkopf. Entferne die Muttern und dann das Gelenk. Vielleicht musst du es anheben, damit es leichter herauskommt. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich. Nimm dir die neue Spurstange zur Hand. Setze es wieder an seinem unteren Platz ein und schraube die Mutter wieder etwas an. Schiebe es dann in den oberen Teil. Vielleicht musst du es anheben, damit du es richtig einschieben kannst. Bringe die zweite Mutter wieder an. Ziehe die Muttern mit einem Steckschlüssel und einem 16mm Einsatz wieder an. Schraube ihn schliesslich mit einem Drehmomentschlüssel an. Du kannst dann die Räder wieder an deinem Wagen anbringen und dabei die Radbolzen gut einfetten. Stelle dein Auto wieder auf den Boden und blockiere die Räder gut. Vorgang beendet. Like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool. Das war viel Mal. Möge zu mismasstil. Mal. Jep Cali. Musik. 味. 含Niko